Ambi Deluxe Moments for Living Hier haben wir den Ambi Clean Flüssigentkalker in der kleinen 250ml Flasche. Wir haben hier den Sicherheitsverschluss und den muss man drücken und gleichzeitig drehen. Er ist zu 100% biologisch abbaubar. Wir haben hier einen Inhalt von 250ml in der kleinen Flasche. Das heißt, das reicht für zwei Entkalkungsvorgänge des Kaffee-Vorderautomaten oder der Kaffeemaschine oder des Wasserkochers. 125ml werden in dem Fall einfach mit 500ml Wasser gemischt. Der Ambi dient Flüssigentkalker. Ich habe jetzt mal hier gerade Wasser vorbereitet für den Wassertank. Das sind ungefähr 500ml und anhand unserer Skala, hier einmal auf der Seite bei dem kleinen Entkalker oder hier anhand dieser Skala, aber bei der großen Flasche können wir dann halt entsprechend abmessen. Und genau, wir brauchen jetzt hier von 250ml ungefähr die Hälfte. Das heißt, wir landen hier bei 125ml, die wir auch hier reinkippen. 125ml auf 500ml. Ja, das passt ungefähr. Das ist circa die Hälfte. Man sieht es. Und das Wasser hat sich jetzt rot gefärbt. Und man muss jetzt hier in dem Fall nicht lange warten. Man kann eigentlich sofort starten und diese Flüssigkeit jetzt im Kaffee-Vollautomaten oder der Kaffeemaschine oder dem Wasserkocher verwenden zum Entkalken. Ansonsten ist der Entkalker universell verwendbar mit allen Marken, biologisch abbaubar. Also es kann dann auch danach ohne Bedenken einfach in den Abfluss.